Hallo zusammen, heute geht es um das richtige Warm-up. Dafür brauchst du deinen Golfschläger, denn wir werden verschiedene Rotationsübungen damit machen. Beim Aufwärmen ist es wichtig, die beanspruchten Muskeln beim Golfen zu dehnen und zu erwärmen und generell den Körper auf Grundtemperatur zu bringen. Carsten zeigt euch drei Übungen, um die Muskeln zu aktivieren und den Körper zu erwärmen. Die erste Übung dient der Dehnung der Rückenmuskulatur, die zweite Übung ist für die Rotation in der Hüfte und die dritte Übung für eine Rotation in der Brustwirbelsäule. Nach den Aufwärmübungen könnt ihr noch ein paar Probeschwünge durchführen. Untertitelung des ZDF, 2020